Bei einem Spazirkan entlang des Donaukanals entdeckte ich zwei Männer mit einer Angelschnur. Es sind aber keine Fische, sie suchen mittels Magneten nach Altmetall im Wasser. Ansonsten, die auf der Karte auf der Karte am Karte auf der Karte auf der Karte angeboten sind. Die Karte hat den Karte auf der Karte auf der Karte auf der Karte angeboten sind. Jetzt kommt es zum Karte am Karte angeboten. Vielen Dank.